Die Riese Heim Es war vor Zeiten ein Riese, genannt Heim oder Heimon. Als nun ein giftiger Drache in der Wildnis des Inntals hauste und den Einwohnern großen Schaden tat, so machte sich Heimon auf, suchte und tötete ihn. Dafür unterwarfen sich die Bewohner des Inntals seiner Herrschaft. Danach erwarb er noch größeren Ruhm, indem er die Brücke über den Inn, daher die Stadt Innsbruck den Namen führt, fest erbaute, weshalb sich viel fremde Leute unter ihn begaben. Der Bischof von Chur aber taufte ihn, und Heimon erbaute zu Christi Ehren das Kloster Wilten, wo er bis an sein Ende lebte und begraben liegt. Zu Wilten ist sein Grab zu sehen, vierzehn Schuh, drei Zwergfinger lang, und auf dem Grabe ist seine Gestalt in Rüstung aus Holz geschnitten. Auch zeigt man in der Sakristei die Drachenzunge, samt einem alten Kelch, worauf die Passion abgebildet ist, den man vor mehr als 1100 Jahren, wie man das Fundament des Klosters grub, in der Erde gefunden, also, daß der Kelch bald nach Christi Himmelfahrt gemacht war. Neben Heims Grab hängt eine Tafel, worauf sein Leben geschrieben steht. W Евg Untertitelung des ZDF, 2020